halli hallo und willkommen bei einem neuen kurzen video jetzt mal wieder ein stück stahl und zwar auch von einer firma die ich bis jetzt so oder von der ich bis jetzt noch nichts habe es handelt sich um noc nice oder noc nice keine ahnung noc nehme ich mal an kommen schön verpackt in einem von diesen kistchen und die finde ich schon mal bin ich schon mal hochwertig ja die sind diese misst lasche abgebrochen sondern ja schon ein bisschen besser und so sieht das gute stückchen aus ansonsten war da auch nichts dabei das war in einem ganz normalen raunen pappkarton drin in der größe das teil raus kästchen hebt man auf und das einzige was noch ist ist eine kleine tüte die drum ist finde ich gut kein abfall so jetzt brauche ich nur noch kurz einmal ein kleines tuch weil wir sind doch noch ein paar öl spuren und so soll das auch sein wenn man ein neues messer auspackt so und dann können wir uns das schon anschauen so wie gesagt ich hatte die firma bis jetzt noch nicht so am schirm aber das was ich sehe oder das was ich hier so in der hand habe von der haptik her von der optik her sieht alles schon mal sehr 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 schön aus sehr hochwertig ich meine hier braucht man nicht nach zu gucken ob das mittig ist oder mit das ist gar keine frage einfach einfach schön gebaut ich muss sagen ist doch ein mittelgroßes messer aber sehr leicht so klingen form wird jetzt wahrscheinlich oder insgesamt da wenn jetzt mal leute dabei ja auf jeden fall ist es mal wieder was außergewöhnliches nix von der stange nix was 08 15 sondern ja einfach mal wieder was besonderes von der klinge her von der klingen form her hier nochmal so dieser kleine absatz vorne ich finde es richtig nice ich finde es cool gab es auch noch mit normalen titan griffschalen das hier ist auch titan aber halt in diesem wie soll man sagen lila lila blau mit ändert so ein bisschen die farbe je nach lichteinfall clip sehr schön nicht versetzbar aber ja sieht gut aus backspacer mit knockknifes aufschrift und dt 03 nämlich genau so heißt dieses modell von knockknifes ja ist natürlich keramikkugel gelagert wie gesagt tc4 titan griff gibt es in grau gibt es in diesem lila nenne ich es jetzt einfach mal lila ja wie gesagt je nachdem wie das licht drauf fällt und wie man es in der hand hält ändert das ein bisschen diese farbe wir haben wir haben eine gesamtlänge von 21,2 zentimetern wobei auf den griff 12 zentimeter entfallen und haben ein gesamtgewicht von 118 gramm so zu öffnen nur mit dem durchbruch mit dem daumenloch sozusagen keramikkugel lager wie gesagt gab es in grau und lila fangriemenöse haben wir auch noch dran aufschrift auf den klingen wie man sieht und das finde ich auch immer schön wenn die oben noch in kleinigkeit drauf steht oder so was habe ich überhaupt kein problem damit aber manchmal diese komplett überlagerten und dann in riesen buchstaben und keine ahnung was finde ich einfach nicht so schön das hier geht so vollkommen in ordnung ich muss sagen von griff von der handlage her ist es richtig schön so und der stahl haben nämlich doch noch was gefunden da unten steht es das ist ein vg 10 stahl hat natürlich auch seinen preis wie gesagt diese es gibt ja solche und solche messer hier allein von den materialien her kostet wirklich um die 100 euro rum was ich sagen muss wenn man es jetzt so in der hand hält und sieht wie es gebaut ist und welche materialien dran verbaut sind muss ich sagen ja vollkommen ein gerechtfertigter preis so schnitttest ich werde aber nicht den den titi twister dollar nehmen sondern der ist noch was wert machen wir wie immer den puffy also alles hätte mich jetzt gewundert wenn es nicht so geschnitten hätte das dort ist brutal absolut schön ja also wie gesagt das dt 03 von der firma noc oder noc keine ahnung der normalpreis steht da noch genau waren 90 euro keine 100 etwa 90 euro so und dafür muss man sagen hat man ein außergewöhnliches vom design her außergewöhnlich ist mir gefällt das gut dieser dieser schmale oder normal schmale griff ja dass diese diese klinge dann so ein bisschen breiter anfängt ich finde es einfach gut ich finde schön hier nochmal den absatz drin ja sieht man vielleicht doch jetzt je nachdem ja hier wie gesagt dieser etwas dickere dann hier der absatz drin sieht richtig gut aus schönes messer schönes teil mein erstes dieser firma und ich muss sagen verarbeitung alles andere sieht wirklich absolut top aus eine empfehlung noc knifes schaut euch an ich gehe erst mal die katze für dann so wie sich alles klar bleibt gesund haltet die uhren steif wir sehen uns ciao